Ah, Schneebium, okay. Hast du dir das erst schon gehabt? Nein. Aber ich sag jetzt einfach mal, ja. Hey! Die wandten? Nein, aber... Lager. Lager, das ist... Village! Uh-huh! Vielleicht ist da was gleich drin. Da gibt es wenigstens Getreide, ja, dann können wir mal Fett ernten. Gut, dann ziehen wir die nächste da drumherum. Nein, schau mal, wie weit der Weg ist. Ja, aber das ist nicht so. Die haben vielleicht ein Gefühl, über die Braut auszuwissen. Ach, Mensch. Hallo, wie lieb's ja. Dorfbewohner? Bleibst du mal stehen da? Komm, mit denen ist in Ordnung. Nein. Das haben sie immer noch nicht gecheckt. Gibt es eins? Die haben sogar die Tür immer neu gebaut. Der Wani kommt gar nicht aus. Ja. Oh, nee. Oh. Tücherregale? Wie? Das kommen wir aber auch nicht. Die können wir auf jeden Fall. Die Regale haben nix und jumpen. Wie gesagt, bei mir ist das Ehreweiz da neben mir. So, schau mal, da steht das halbe. Die Dorf steht schon wieder unter Wasser. Die Überflutung. So haben sie es wie ein Dauntrocht. Die Sehntuchtkinder. Ja. Schauen alle gleich aus, gell? Ja. Ich kann es aber... Nur weil es ein anderer Mantel hat, was wir auch nicht etwas das andere sind. Das war ja eigentlich ein Stück. ich hab mir bitte, aber ich glaub, ich hab nur gewollt, um ein neues Bild zu machen. Ah, das mit dem Holz gerben echt auf den Sack. Ja, das verliert uns einfach oben, generell Holz, aber ist schon klar, dass wir es so extra machen. Das müssen sie aber trotzdem jetzt auf den Sack. Auf die Eier! Woll dabei, jawoll! Siehst? Einer denkt halt, wie es war. Und da das du ja nicht bist, bleibt nur noch einer über! Hallo? Wohin? Ja, auch so geht. Geil. Zack, zack, bitte! Da haben wir jetzt schon rennt, da haben wir einen Planlug und einander. Geil. 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 Geil ... Geil ... D sotto ... Ähm... ... 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 Der hat... boah, das ist ja gar nicht... cool. Warte, das ist ja... Hab ich schon so ausgeschaut, das war das eine Haus mit dem anderen Haus verbunden. Das ist ja gar nicht. Geh da rein! Ach... Ups, Entschuldigung. Sioiii! Sori bro! Y مشageisan j sen Ja, das war doch bei Jing, hi, met your mother. Naja, yo bro ist von... Noxかった Das war dann wo er, mit der anderen geschlafen hat. Dadurch! Und die dann auch rein kommt und dann sagt er zu dem Tschulde, Jo-Bro. Ja, kann sein, aber es ist... Und jetzt ist alles so! Ja, hab ich gesehen. Okay. Aber trotzdem müsste es auch von Y.T.T. Nein, Bo. Doch, bei GTA V. Oder generell bei GTA V. Oder generell bei GTA V. Ja, so ein Yo-Bro. Ja. Und dann so Mundbewegung. Die Mundbewegung ist total wunderbar. Ja, mit Parodie mit GTA V. Und dann noch 5 noch. Die Spieler sind 2 und 5. Okay, da war's ja nix dran. Was haben wir sonst noch? Kein Schmied. Aber wenigstens anhause Getrite. Getrite haben wir. Und viele interessante Wolken. Was ist das denn? Okay. Neul die wichtigen Sachen noch wenigstens. Ja, erhän die davon ne neue Besuch. Na, das ist nur ein Ort hier mein. Man soll uns gut Das war's, das war's, das war's ... Da war's. Da hast du dir gesagt. Na, du hast dich so bequistet ihr. Ha! 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 Ich fang zum Brüller. Putzesal und Brüller und zum Brüllen ins Hosen. Kein остав's dir. Für mich schon. So, weiter geht's, Essen hab ich. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit ins Wasser. So, das machen wir die drei Essen nicht mehr. Hier wird ein leichter Boot machen. Ja, jetzt wollen wir das Handy wie Glück, dann schreiben wir die Spasten. Ja, das ist immer so. Eine Ahnung. Aber ohne 5 Diamanten wie vor meinen Schänden kennen. Ja, und jetzt? Ja, nix und jetzt. Schau, dass dir Mann gut, wenn du bockst. Ich bin auch hochzunehmen. Was? Ich bin gleich. Ja, gleich. Ja, genau gleich. Aber jetzt, wenn du das Eisen ausnimmst, dann bist du neuer. Ohne schon. Achso. Okay. Du willst momentan meinen, da wärst du uns nix irgendwo. Das bloß ist jetzt ein Ozean. Nein, ich glaub da hinten kommt dann irgendwann das Maschum-Bio. Ist da so ein Maschum? Was? Na klar. Du und dein Fußpilz schon. Du und dein Fußpilz schon. Oder vorhin vielleicht ist das Maschum-Bio. Maschum-Bio. Du hast Fußpilz. Oder? Du hast Fußpilz. Ja, Maschum-Bio. Ist schon gut jetzt. Du hast Fußpilz. Du bist mal, du bist da Pilze. Du hast da Fußpilz. Du hast da Fußpilz. Ich hab die, das ist schlimmer. Du hast nicht Fußpilz. Du bist Fußpilz. Du bist Fußpilz. Essen brauchen wir jetzt erstmal Scheiß drauf. Was ist das? Boah, wenn du überlegst wie langsam das Geld mit dir in einem alten Sparhack. Und mit dem anderen, mit einer Schaufi, da hast du den jetzt auch zurückgebaut. Einmal nur drübergekackt, ja. Boah, das gibt's da nicht. Oh, scheiße. No Diamonds for Old Man. Nein. Nur so, zur E-Mail soll er gehen. Oh, ich hab' ich grab' Oh, ich hab' ich grab' Oh, die Schnauze. Ja, ich hab' ich das wirklich noch so. Ich werden kann das nicht. Weißt, was? Ich hab' nichts zu verlieren. Ich komm' jetzt einfach mal da und her. Nein, Mann, du hast nicht, Mann. Da komm' ich ab. Und wenn ich was find', dann... Scheiße, Mann. Geht's halt aufmachen! Du bist so, was nervt. Du hast Angst, dass du was findest. Oh, ja! Weil es sowas in der alten Weltklasse immer hinkommt, so. Achso, wetzt's dann. Ist es schon wieder so weit. Cool, da haben wir schon mal. Du musst weiter runterkommen. Cool, da ist es. Du bist da. Ja, das war nicht klar. Schon wieder. Alles gut zu helfen. Alles am Redstone in der Nähe. Alles noch mal schon mal. Kohle, Eisen, als nächstes kommt Gold. Dann Lapis, dann Diamanten, oder? Das ist so richtig. Gut. Egal muss noch mein Redstone noch eingeschoben werden, aber das kommt nicht mehr an. Eisen finde ich wohl. Redstone habe ich schon. Und da haben wir die Dias. Scheiße, ich hätte echt doch mit diesen geschlossen. Aha, ich hab die wieder gewollt. Schaut das jetzt nicht hobbylos aus, wenn wir beide mal jetzt haben. Na gut, ich hab immer eine Redstone gefunden. Was? War, 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 war schon lustig denn. Oder beängstigend. Ich weiß nicht, wenn man dazu sagt. Fakt man hier vielleicht unten vielleicht zu Hause. Wobei auch auf Dingsensporn, der Bock und die Monster zu müssen. Ja, Schwammer alleine. Hey! Wir müssen halt mal irgendwann mal eine Intro tragen. Das ist das richtigste Intro für uns. Keine Ahnung, wo... Wo... Keine Ahnung, find du halt in die... Was war ja, was ist denn das? Müssen wir mal schauen. Vielleicht haben wir eine Pistole Chance. Einen kräftigen... Ah! Schau mal rein, so. Drei... Neue Plätze. Ja, das tut mir mehr weh. Ah, Ender Chess. Ah, Ender Chess hat's noch mal nicht gemacht. Spacko. Echt? Na? Stimmt. Wer kennst du da jetzt aus? Wer ist der Minecraft-Killer? Ja, weil du keinen PC spielst. Hallo, auf dem PC gibt's Clay-Blöcke und Quartz und... Hallo, sogar auf der Pocket-Edition gibt's schon Quartz und Ender Chess. Nein, Ender Chess glaube ich nicht, aber Quartz gibt's und... Das sind schon... Und Upside-Down-Stufen, das gibt's euch schon. Und ne, da auf der Xbox... Ist dann langsam wie auf dem Handy. Ne, ich schau das noch. Oh, gut. Mhm. Das ist immer noch quasi Dioranten. Mhm. Mach schon Stinge. Ich komm's mal ab heute, so ist mir. Ja, ja. Drei darfst du ab heute, von denen ich finde. Aber zwei muss hergehen. Ja. Leute, find ich nicht Genching-Tipp. Ich komm's ja deine eigene zu. Wenn's zu weit er durst. Meinen eigenen Genching-Tippel? Ja, den haben wir gleich gefunden, sobald's noch aufbaut ist. So, jetzt haben wir ein paar Schwammei bei uns. Oh, da muss man aufpassen noch mal nicht. Oh, ich freu. Okay. Ich fülle mal lieber irgendein Block. Ich fülle mal lieber irgendein Block. Das ist ja. So. Oh, ich find's noch mal. Ich finde, das soll halt echt irgendwann einmal, ... ... ... ... ... ... ... Wenn sie mal ein Flugzeug... Alter, möchtest du mich verarschen? Die Boote brechen immer noch andere Lippets. Meine Herren! Wenn sie mal ein Flugzeug... ...bauen werden. Dass du selber ein Flugzeug craften kannst. Ich fand das super cool. Rühren. Oh, oh, ich hab was Großes. So, schiefe. Den wachst du mit links! Schlechter Hund. Das ist gar nicht ein Schwert. Das ist gar nicht ein Schwert. Das ist gar nicht ein Schwert. Nicht mit dem Eisenschwert und Enchanted. Und Enchanted. Du hast drei Ohren und einmal. Und du hast einen Haufen Lillipets. Leck mich einmal. Ich glaube, wir haben sonst schon mal wieder gefunden. Was? Schon wieder? Mein Gott. Schau mal die Eis ab. Ich hab's gerade ein anderes Problem. Wieso? Da kommt ein paar Focke hin. Ich brauche mich zurück. Und alles auch noch. Ich teile es jetzt wieder. Schau mal, was da alles drin ist. Ich weiß. Ich weiß aber. Schau, so, so. Du hast es dann 10. Und beim Bein zu. Und beim Kurende kommt. Na, ich hab's doch noch. Genau. Und zwei Sekunden ist soweit. Nein. Pfff. So. Und da sind wir wieder da. kurz gespeichert. Und weiter geht's. Ich bin wieder auf dem Testplatz. Interessiert wen? Wenn du mir da hier irgendwas verkotzt, dann zeigst du dein Geist auf. Ja, schluck auf. Ja, ja, schluck auf. Ja, ja, schluck auf. Hey, wer hat unser Büro schneikotzt? Du? Nein. Du hast mich nicht einmal mein Fleisch zu essen lassen. Nein. Nur weil es du nicht kotz. Nur weil ich nicht neben dir sitzen kann, wenn du kotzst. So hab ich aber auch. Du könnt dich damit kotzen. Wenn ich nicht ausgekriege. Ja, wenn ich nicht. Wenn ich nicht. Spetsch. Spetsch. Und es ist ein Skelet-Spawner. Yeah, mann. Der kann uns richtig gar helfen. Knochen. Erstens das. Zweitens XP-Farm. Können wir uns da auch nicht überhaupt nicht rausbauen. Alter, mann. Der ist wichtig. Ich bin da noch so weit an der Oberfläche. Ja, jetzt legen wir den von Tim auf. Du hast von... Du hast mein Griff ausgegeben. Ja! Das ist so gut. Das ist so gut. Nichts ist gut. Das ist kalt geworden. Das ist wie heute? 2 Jahre her? Trotzdem hast du unter dem Bier du schnell kaltzt. Und ich hab nicht einmal fertig essen können. Weil ich es nicht machen können. Weil ich jetzt fertig essen kann. Ja, okay. Ich hab das zweit immer nachgeholt. Aber da weht man jetzt gar nicht drüber. Aber du lässt mich nicht ausreden. Ja. Weil du immer vom Thema ablegst. Jetzt bricht du dir gleich. Tatsache. Das ist dein. Nein. Ey. Möchtest du mich nicht verarschen, dass du da überhaupt keine Kisten steht? Mal schauen. Du bist echt schwach. Ich hab den. Aber mein gröner Mosse Kappelskapp kommt. Ich kann mich den wegschmeißen. So, wie er dort gerade. Also den hab ich den. Buildertschator aufgebaut. Ich hab den ersten Spawner. Und du nicht. Nein, 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 nein. Juckt's. Kratzt's. Kratzt's, dann geht's dem Doktor aber flott. Na, meine ist kaputt. Aber ich hab ja vorgesagt... Echt? Und sagst du vor? Bist du zu Krebsvorsorge? Darüber ist mir nicht zu spaßen, ne? Hey! Wenn du dich so umschaut, dann komm doch noch. Das war wirklich gut. Das war Brüller. Brüller. Wollen sie jetzt lang? Ja, jetzt dann mal. Bis dann falsch. Warten wir nur die 2 Minuten. Na, warten wir bis ich Level 18 min. Vielleicht schau ich jetzt mit dir an. Ich muss doch nix sagen, aber ich bin jetzt mal zu uns gekommen. Ja, was bringt's zu uns, wenn du den Gen kostet und dann verreckst? Dann lach ich die nämlich aus! Wenn du jetzt nicht voll Diamanten findest. Ich fahre dann was eigentlich. Ich mach das jetzt aber. Du, unser Freund ist mit Lara. Okay, los, mach! Hey, cool, ey. Spawn ist sogar relativ in der Nähe von unserem... unserem Zuhause. Jetzt muss ich erst mal entmüllen. Wer braucht das Schwamme? Jetzt sind wir jetzt genau da drüben. Ein Skelet. Wie, ja, ich... Ja, mei. Geht auf Zeit, ne? Ein Enderman! Ich bin der Erste, der einen Enderman tötet. Er bringt die Omora, du bist eh. Nein! Nein! Ich hab das Zeug ein, ich glaub, wo wir ihn geschlossen haben. Der hat gewusst, dass du eine schiere Fotzen musst und es abkommst. Ist zu dir gekommen und mich die umbringen. Was willst du mir jetzt alles machen, genau? Ein Backer hat... ...ein Hirnmächster kaufen. Bis er gesagt, wenn heim ich will ein Hirn, dann muss ich dich einfach eingerengt in die Klo schießen. Hey, nein, hab ich immer ein Klo dabei. Ähhh... Ich hab nicht gewusst, wie du da rauskommst. Wo? Hast du noch nie selber auf den Kopf geschifft? Auf meinen eigenen Lieds? Na ja, gewusst, gewusst... Bei dir ist die ganze Zeit das Spiel, wenn du denkst, wo ist denn die? Nein, okay, bei dir. Es ist Nacht, Schmiri. Du hast aber echt eine ganz schön kleine Hunde verloren. Oh, aber jetzt erst mal Wasser. Ja, nein, dazu muss ich erst mal runterlaufen. Ich gehe lieber erst mal raus, damit ich schlafen kann. Jetzt! Sofort! Bis deine Nebenmauer. Du weißt, was passieren kann. Du furzt und dann ich spurtieren mal. Vergasst. Jeder muss verdienen, Basta. Okay, mal gleich mal wieder. Mal furt's kurz. So, und wieder Back in Action. Andi hat seinen harten Stuhlgang beendet. Nach einer gefüllten Ewigkeit weiter wieder unter uns. Und du kannst weitergehen. Weil du schon auch nur vom Handy hängst. Weil du es auch nur beim Scheißen huckst. Ja, ja. Ah, das wollen wir jetzt den Zuschauern weiter erläutern. Ich glaube, diese Rechnungen von psychischen... Von den ganzen Behandlungen nach diesem Video, ne? Genau. Die konstruiert worden. Das heißt, ey, du hast gegriffen. Ja, okay, geht aus Haus. Aus Haus. What the fuck? Kann das denn vielleicht sogar mal mit dir anspiegeln, ne? Oh, nur vielleicht bei dir her, ne? Die Bastards neue Kinder werden. Da war Ende, ne? Da war Ende im Gelände. Da war schon wieder Redstone. Was ist das denn? Kommt los mehr, oder? Wie willst du den Exausten noch? Sweet. Naa. Sweet. Wow! Well, I am an Britney, bitch. Bam 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 bam. Badum. Bam bam. Didadam dam. Ja, okay, jetzt ist er wieder. Fertiglio ist der Scheiß. Wow, ja! Jetzt bin ich abfällig. Halt, die Gurschen! Ja. Ha, die Schnauze. Okay, das eine Eisen, was ich da drin... Versauern. Ich bin jetzt mal so spendabel. Lustig war's. Ha, lustig war's! Krackler, du Bleder! Geh mal wieder heim, unsere Tiere füttern. Du kümmerst dich hier nicht um unsere. Ja, ich bin ja auch jemanden auch. Äh, ich zeige dir doch und und wie viel hast du schon? Die anderen fünf, wir haben schon nicht berechnet. Hey, Wetzler! Was? Ich zieh bloß in... Oh, Alter, ich schau, wie viel jetzt denn? Ja, komm weiter. Immer gut um Level zu krank. Wenn wir dann einen Schenden kanterten, dass du dann schon Level-Head hast. Ähm, vergiss jetzt. Äh, ich glaub klar. Alter Mann, was willst du, verpiss dich von den billigen Plätzen, du huren Kind, verpiss dich. Passt. Na, 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 was sind denn das für Ausdrücke da? Ja. Genau so, die wollen sie nicht auch. Wie erwartest du? Ja. Scheiße. Sag mal. Ja. Den anderen String muss ich jetzt wegschmeißen. Oh. Schade an den String. Ha. 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 Ich will jetzt nicht so fett, wie du, du Bastard. Hey. Wenn das ist bloß eine. Ha. Wenn das jetzt bloß eine ist, dann... Dann willst du mal ins Fünfe wandern. Headcam aufgegeben, fertig machen. Nichts in Zufall überlassen, erstmal alles ausschlemmen. Dann musst du erstmal alles ausschlemmen? Also, wie Redstone. Das ist bloß einer. Nexens drei oder so. Oh oh. Ich... 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 höre... Echt ist kom... Die Gefahr. Er lässt die Hoffnung für dich. Ich tick aus, man. Ich tick aus. Juhu, Maa, fucking, Bastard! Die konnten ich schon mal aufnehmen. Das ist ein Ding. Ach, den Mann abfällt mir so weg. Das ist Maa, aber ich nehm irgendwie immer was anderes auf jetzt. Woah, schau mal da unten! Warte, Herr! Vier Creeper! Ah, Creeperspawner gibt's ja nicht, ja. Da ist nur mehr einer. Du musst jetzt da was bringen, wenn ich da jetzt so ein bisschen aufschlagen darf. Nein. Wenn ihm was extra gestanden. Das ist fast genau unter unserem Haus. Napi! Na, so gut. Wo? Ja, wo du bist, ja. Te fickst du schnuck, du verpistigte Krater, du Pläder. SACSIMENT, du Pläder. Und? Das ging ja nur bei dir schön, was war das? Ja. SACSIMENT! 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 Ja, das ist ja auch cool. Du wirst einfach zum Beispiel einfach mal den Online-Stack mit Korbelwäcker oder so? SACSIMENT! 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 Da bist du ein... Du musst wissen, Andi ist der größte Kürzel vom Ganzen! Geil! Sowieso. Er hilft nicht in seinen Keller schauen und... Wenn ich mal Bier, ja. Na, ich wollte jetzt eigentlich auch was anderes hinfügen. Lass die Zuschauer glauben, dass der Bier unten steht. Sowieso. Nicht, dass die Bullen noch mal schicken. Hallo, mit solchen Freunden? Da muss man ja schon fast... Äh, ja, er weiß schon. Ja, wollt ihr jetzt darauf hinaus, dass ihr eigentlich das schlimme Fingere sind? Ja, genau. Du hast mir quasi aus der Seele gesprochen. Komm weg, komm weg, komm weg zu mir. 어... komm da hin, komm da hin... geh da mal Liv... da mal weg, da mal weg... da mal weg Feuerzeugner, da mal weg, da mal weg da mal weg... Feuerzeugner.... da mal weg... O與手... uh trabalh... und 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 macht ihn und der der und hier war der Fakten Deutsch muss mit ihm ich weiß nicht jemanden wenn die Wunschung der Axt oder so du bist er noch ganz dabei ich möchte die gut nun kann auf dem Weg und 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 muss es direkt zum Spaß und oder das war immer wenn die Erkennungsmöglichkeit so wie dort und total im Fuschen macht der Sparte nur wenn man immer nicht muss erst um Wasserverlösen die Bescheidungszeit ist um die Zwochen ist ein länger dauert ich weiße halt die Kurschen